So, willkommen zurück. Ja, da drüben auf der anderen Brückenseite ist ein KV4, Full AP. Ich verschieße, er schießt auch daneben. Und ich dachte mir, ach komm, was soll's. Gespottet ist er, wir haben da Artie, eventuell kann die Artie was reißen. Kann sie auch. Schön angezündet. Und KV4. Hinterher totgerammt. Ich weiß jetzt nicht genau, was so ein KV4 wiegt. Kann ich ja mal später mal gucken. Aber ich fand das gut. Wir sehen das Ganze nochmal in Zeitlupe. Bis gleich. So, ja, da geht's auch schon direkt los. Ich stürme über die Brücke. Da ist ein KV4, der ist noch Full AP. Spotte den natürlich. Die Artie kann jetzt schön reinhalten. Für 540. Ich mach extra Zeitlupe. 4, 16. Er brennt. Und den kompletten Rest nochmal so. Und jetzt zeige ich euch das in normaler Geschwindigkeit. Bis gleich. 4, 16. Vielen Dank.